Fakt ist, beim Bau der gigantischen unterirdischen Stromtrassen werden viele Bauern auch in Niederbayern ihren Grund zur Verfügung stellen müssen. Mit einer einmaligen Entschädigungszahlung wollen sich sowohl die Landwirte als auch der Bayerische Bauernverband jetzt aber nicht mehr zufrieden geben. Sie wollen eine regelmäßige Entlohnung für ihre Äcker. Die Landwirte sagen ganz offen, ja, das wäre aus ihrer Sicht ein Ansatz in Richtung Akzeptanz. Weil sie müssen den Landwirt ja überzeugen, dass sie seine Fläche nutzen wollen. Stellen Sie sich vor, irgendjemand will bei Ihnen durch den Garten eine Leitung graben und Sie haben davon wirtschaftlich keinen Vorteil. Die Begeisterung wird sich in Grenzen halten. Und vor dem Hintergrund ist für mich ein Stück Akzeptanzfrage, wenn man jetzt in die Konkretisierung bei der Planung der Trassen geht, dass man hier vielleicht ein Stück weit Widerstand dadurch auch verhindern kann, dass man zu den einzelnen betroffenen Landwirten, die Betroffenheit wird da sein, zu den betroffenen Landwirten sagen kann, gut, du brauchst das nicht zum Nulltarif machen. Konkrete Vorschläge für eine derartige Maut will Heidel nun mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft prüfen lassen. Es geht zuerst jetzt einmal darum, die Voraussetzungen zu schaffen, dass man hier auch solche wiederkehrenden Leistungen als Entgelt für die Landwirte zur Verfügung stellt. Ich gehe davon aus, das wird in dem Sinne eine jährliche Zahlung sein müssen. Und wenn wir sehen, wo es an Strom transportiert wird, sind wir in der Größenordnung vom Hundertstel-Cent-Bereich pro Kilowattstunde. Also ein verschwindender Betrag, wenn ich die gesamten Investitionskosten anschaue. Beim Bau der Stromtrassen müssen die Landwirte nicht nur während der Baumaßnahme auf ihre Felder verzichten, sondern auch, wenn es schlecht läuft, viele Jahre danach. Denn der Eingriff zerstört Umweltexperten zufolge langfristig das natürliche Gefüge im Boden. Wenn wir uns vorstellen, dass da mehrere Kabel drin liegen müssen, wie ja beabsichtigt ist für die HGU-Trassen, dann wird das eine Baustelle in der Größenordnung 20, 30 Meter breit. Und wenn auch die Bodenschichten getrennt gelagert werden und dann in der richtigen Reihenfolge wieder eingebaut werden, ist trotzdem die Kapillarwirkung im Boden zum Beispiel zerstört. Das dauert viele Jahre, bis der Boden wieder in der normalen Ertragsfähigkeit ist. Ein weiteres Problem sieht der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes in den Ausgleichsflächen für den Naturschutz, die die Landwirte zur Verfügung stellen müssen. Diese müssten neben dem bereits verlorenen Grund bereitgestellt werden. Somit seien die Bauern doppelt gestraft. Wir sagen ganz offen, als Landwirtschaft insgesamt, dass man eine Maßnahme im Sinne der ökologischen Energiewende, und da gehören die Trassen aus meiner Sicht dazu, dass man die freistellen muss von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen, weil es ja ohnehin ökologische Maßnahmen sind. Wir erleben leider immer wieder, dass wenn ökologische Ausgleichsmaßnahmen gemacht werden, das sehr schnell wieder mit Zugriff auf landwirtschaftliche Nutzfläche passiert und hier unterm Strich wiederum Fläche verloren geht. Ob und in welcher Form eine Maut für die unterirdischen Stromautobahnen durchgesetzt werden kann, wird sich zeigen. Kann auch sein, dass bis 2025, dem Jahr der Inbetriebnahme, sehr viel Gras über die Sache gewachsen ist.